Ist der Typ eigentlich jedes Mal nicht am rummeckern? Still low motion aufstehen. Und ich bin... Wie ist es? Es ist gut. Wirklich gut. Ich kann nicht warten zu essen. Ich werde dir zurück. Für was? Wir essen die besten Diener. Wir werden die besten Freundin. Wir wissen, wie ich mich fühle. Ich fühle mich besser. Wir müssen warten, bis nach dem Abendessen? Wenn das Risotto verurteilt wird. Ist das wichtig? Nicht in der Sonne. Ich habe das Gefühl, dass Reza irgendwie noch Dreck anstecken hat. Der Typ, der ist merkwürdig. Und nur so eine Frage. Geht das nur mir so, weil ich ein Kerl bin und im Spiel eine Frau spiele? Oder fand ich diese ganze Situation mit diesem Boyfriend irgendwie irgendwie awkward? Dass die sich geküsst haben und dann so... Techtel, Dings, Bums, Mechtel... Weiß ich nicht. Das ist irgendwie so... Fühlt sich komisch an für mich. Als der Spieler. Ich bin jetzt ein scheiß Baby. Oh, ein verdammt hässliches Baby. Oh, ein verdammt hässliches Baby. Oh, ich weiß nicht. Sie ist in einem Kerl und sie ist besonders kalt. Okay. Gut. Das ist gut. Und du hörst nicht an ein Wort, was ich sage. Wie ist die Geschichte gekommen? Geht es? Geht es. Okay. Wann kann ich es lesen? Geht es nicht. Okay, dann. Geht es nicht mehr so ergänzt? Sind aber das Gäste nicht mehr so gehört, otra. Ummme BSCется. Scheint dir das Leuchten-Ding nicht zu sehen? Müssen wir jetzt über das reden? Hey, was machst du aus deiner Krib? Wie hast du das aus? Gehen wir dich zurück, sicher und zu sein. Die Kribis machen mich ein bisschen aggressiv. Irgendwie erinnert mich das gerade so ein bisschen an Among the Sleep. Da bist du eigentlich auch das ganze Spiel über ein kleines Kind. Was halt irgendwie, ja, ist ein sehr interessantes Spiel. Kann man nur empfehlen, Among the Sleep. Ich kann es nicht glauben. Just, just try and stop... Halt die Klappe. Ist das irgendwie awkward, was ich hier gerade tue. Ich spiele ein kleines Baby. Gut, dann gehen wir dort am Tisch durch. Uh. Close Physics. Wenn die darf uns auch nicht sehen. Hey, Saga. Bist du auf und auf? Bist Papa weiß, dass du hier bist? Ich glaube nicht, dass Papa weiß. Bist du nicht. Bist du nicht. Bist du nicht. Bist du nicht. Bist du auf und auf? Das ist unser небольшes Klapp. Wieso ist die grün? Wieso bist du grün? Hey Baby, Mama ist jetzt an Holz Gib mir eine Minute. Deshalb bist du grün. Ob, Mama, Mama... Wie zuuseel, dass du so ein Baby etwas ausdrücken würden. Aha, Mama! Am乾- behaviors haben wir erstmal gebrauchen, Am thys mio, ist mein preferredes Nudem. doch das ding von ganz hinten holen warum ist die grün hätte ich die teile davor spielten ich will sie den einen teil davor aber der ist von 2007 oder so war da auch eine windows version das heißt aber probably not okay dass wir uns drauf stellen können was exactly am i doing here wahrscheinlich muss ich mir jetzt was holen ich an dem typen vorbeischleichen und das nie her schleppen es ist total awkward was hier gerade passiert nein da kann ich nicht so mitnehmen hier so 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 ein echtes baby für so ein gründer sich erwachsener mann hängen oder mädchen hängen frau mit dessen herum geht wie ein baby und haben es entsprechend gepitzt schauen wir weiter ich hoffe es kackt sich nicht in die hose ein ich habe ich habe ein eine ein 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 was du 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 Das Feuer ist an. Ich glaube, es wäre nicht so gut, wenn ich da jetzt reingehe. Ein Schlüssel? What the fuck? You're growing so fast, little one. Soon you will talk and remember and see with other eyes. Eyes that can no longer see me. There's so much of me in you, sister-daughter. I know you cannot understand me now, but I want you to know that I will watch you and protect you. Over time, our link will weaken and you will be blind to me, but I will still be right here tomorrow in ten years for as long as you live. And at the end, my sister, my daughter, we will reunite. The circle will be complete. The worlds rejoined, balance restored. The stories we will tell each other. I'll see you soon, my little Saga. May the balance be with you always. Who are you talking to, Saga? What's all the babbling about? Is she in there? How in the stars did she get out? Magic, honey. It sounded like she was talking to someone. Hey, how did you go, baby girl? Did you sprout wings and fly? There's... There's someone else in the house, Magnus. I can feel it. I don't feel anything. Don't worry, Etta. No one but us could ever get inside. It's impossible. I hope you're right. I hope you're right. Oh, oh, Papa's not the only one, making stew. Let me know when I get caught. Das Baby hat fast so großkopf wie die Frau. Ist das normal? Saga! Ah, gottes, hab ich ein Baby als Achievement. Aha, all your decisions have been recorded for book two. Your choices already changed the course of your life and it will continue to do so. Aha. Kian Alvani. I swore on to never take an innocent man's life and so I left Arnstone to his fate. You will find peace in the first mountain, his tournament will forever walk in shadows. This will not be forgotten. You will faith the consequences of your action soon. Despite his crimes against his own people, I choose to spare the warden's life, his punishment will come soon enough at the hands of others. 90% of them have chosen to be a victim who had the big nose. I will not be able to move on. I will not be easy but I will work harder to remember. 80 prozent haben diese Wahl getroffen Reza does not want to be Advertenturist with His diet I bought him the same thing for lunch that he always eats cheese too boring But that's Reza for you Aha Reza is longweilig so so 69.6% 59 Queenie asked me What am I looking for I told her I'm looking for my memory that's what Most important for me 48% haben so gewählt I couldn't let that coward mr. London beat up When I saw a Neela with a friend outside to collect if I decided to stop and listen instead of interrupting It wasn't too happy you with How Reza spoke to me, but I let it go. I was too tired to fight I just wanted to wanted a quiet evening at home 57,3% have so gewählt Dreamfall Chapters Alles klar Ja Ich kriege ja bald auf die Fresse für die Sachen die ich entschieden habe Ich bin da nämlich gewohnt wenn ich in irgendwelchen Spielen was entscheiden darf geht's alles schief Alles Deswegen wird 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 Ich hab dich mit dir geblieben. Rest deinem Kopf auf deinem Pillow, kleiner Junge. Du bist mit einem Mann mit dir. Ich habe dich erinnert, mein Kind. Ich habe dich hier. In den tiefen. In den Schmuck. In den Köln. Komm zu mir, meine liebige Kleine. Komm. Wie ist er, Na'ane? Will he live? Your magic brought him back from the darkness. My magic helped him stay. But the fight is his alone now. He must choose to live. Hush, Kian. Hush. Rest your head on the pillow. You will soon be home. In the deep, in the dark, in the... Why do we keep him alive? He's the enemy. The fever ate him up. No, Liko. We brought him here for a reason. We need him alive. You freed me, Kian Elvane. Don't blame yourself for my death. This is what I wanted. To be free. To be reborn. When I do kill you, you will feel every twist of my blade as your life drains away. Your pain and shame and dishonor will serve as my vengeance. And I will be there to witness your soul departing for the Netherrealms. For the shadow in that deep, dark, cold water. They can only protect you for so long, Apostle. In the end, you will have to face your sins. And you will pay for them. This is what the puzzle is in truth. Sleep, my child. Sleep, and never wake up. We're waiting for you. All of us. Wir warten in der tiefen, in der darken. Join uns hier. Es ist nichts für euch aus. Ihr belong hier, mit Ammar. In der tiefen, darken, cold. Forever und ever. Ich muss gehen. Er wird bald wundern. Er wird bald. Er wird bald. Er wird bald. Er wird bald. Die nur Wundungen ich nicht kann, sind auf der Inhalte. Er muss sich selbst behandeln. Wauw, Kieran. Wauw! 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 � Wauw! Um noch, einen representationen Shadows! ll